Meine Damen und Herren, schön, dass ich mal wieder da sein darf. Und besonders schön, liebe Margaretha, ist, dass ich heute hier sein kann, weil es ist das letzte Mal, dass wir uns in deiner Funktion als Fraktionsvorsitzende treffen. Das nächste Mal, wenn ich herkomme, möchte ich die Bayerische Umweltministerin Marke Pauze hier begrüßen. 2013 wird ein wichtiges Jahr. Wir wollen nicht nur die schlechteste Bundesregierung seit Jahrzehnten ablösen, wir wollen auch die jahrzehntelange Herrschaft der CSU in Bayern beenden. Der verstorbene Sepp Sachsenberger verglich immer die CSU mit der kommunistischen Partei Kubas. Beide würden ihn nicht lange regieren. Aber, liebe Freunde und Freunde, meine Damen und Herren, wollen Sie sich wirklich Horst Seehofer vorstellen, in einem solchen Trainingsanzug, die zurzeit wie in Kasper steht. Davor müssen wir Ihnen doch sagen, deswegen müssen wir nach Ihrer Verstehen werden. Ich finde, dann sind Sie auf guten Wunsch hierher gekommen. Wo hätten Sie denn sonst hingehen sollen? Zur SPD? In dem Näher der Schuss-Eigestirn von Dietmar Gernfeld, Frank-Falter Steinmeier und dem Kollegen Steinbrück ist ja noch nicht mal geklärt, wer da König, wer Bauer und wer Jungs auch ist. Oder, hätten Sie zur FDP gehen können? In der FDP wird es keine Urwahl geben. Warum nicht? Weil, die müssen verzweifelt suchen, wer ab Januar Nachfolger von Philipp Ulster wird. Ich würde denen ein Casting empfehlen, vielleicht unter Anleitung von Dietmar Gernfeld aus Töten. Oder, stellen Sie sich mal eine Urabstimmung bei der CSU vor. Da tritt die Eichnerin, geht die Haarland-Mauerin an und beide zusammen gegen Söder und alle drei gegen Dürfen. Und was kommt dabei raus? Eine riesige Standschacht, ein gegenseitiges Vöbeln gegeneinander. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, dafür braucht die CSU keine Urabstimmung. Das macht die jeden Tag. Oder, wie soll man das verstehen, wenn zum Beispiel verdobend diese Inkarnation bayerischer Intelligenz und Intellektualität, das war jetzt die Logik, die Sie hinstellen, und den Präsidenten der Europäischen Zentralbank, bei denen er seiner Aufgabe nachgeht, nämlich für die Sicherung des Euros zu sorgen, als Falschmünzer bezeichnet. Ich hätte Herrn Doven geraten, mal bei einem Parteifreund vorher nachzupragen, nämlich bei dem Architekten des Euros. Der hat das gleiche Parteibuch wie Herrn Doven. Das ist Theo Weigl. Und Theo Weigl hätte Herrn Doven vielleicht mal erklären müssen, was es zur Aufgabe einer unabhängigen Europäischen Zentralbank gehört, dafür Sorge zu tragen, dass wir eine stabile Währung haben, die nicht zum Gegenstand von Spekulationen werden darf. Wer das tut, ist kein Falschmünzer, sondern er sorgt um unsere Währung. Und das ist richtig so. Dem fällt zur Griechenland und zur Europäische nur ein, Zitat, irgendwann muss jeder bei Mama ausziehen. Ja, meine Damen und Herren, was macht denn der Grieche, wenn er nicht bei Oso und Tzatziki zu Hause bei Mama umhängt? Antwort, Doven, wir müssen das Tütchenspiel mit unserer Währung sofort beenden. Nein, wir müssen diese unqualifizierte Gequatsche endlich beenden. Wir können bei uns nicht hinstellen und glauben, dass wenn man unsere europäischen Nachbarvölker möglichst jeden Tag beleidigt, man gemeinsam aus dieser Krise rauskommt. Nein, man kommt nur raus, indem man zusammenarbeitet, indem man zu seinen Verpflichtungen steht, aber indem man auch weiß, dass wir diese Krise nur beträtigen werden, wenn wir zusammenarbeiten und nicht uns zurückziehen auf unsere kleine Provinz, sondern wenn wir anfangen, europäisch zu denken. Und da muss man doch mal eins sagen, die tun immer so, als wenn diese Euro-Krise ausgelöst worden wäre, ausschließlich von ausgabewütigen Politikerinnen und Politikern. Die Wahrheit ist, man kann über die Euro-Krise nicht sprechen und von der Banken-Krise schweigen. Überall in Europa gingen bis 2008 die Staatsschulden nach unten. Spanien und Land hatten deutlich niedrigere Schuldenquoten als Deutschland. Und was passierte? Mit der Finanzkrise explodierten die Staatsschulden. Warum? Weil wir nicht Banken verstaatlicht haben, sondern weil wir Banken schuldenverstaatlicht haben. Wir haben in der Situation gestanden, wo diejenigen jahrelang die Garten gewinnen gemacht haben, diejenigen Verluste abgenommen haben. Das ist die Wahrheit. Und übrigens, das hat nicht nur in Spanien, in Griechenland stattgefunden, das hat es auch hier in Deutschland gegeben. Nebenan redet Frau Merkel. Ich sage Ihnen, von den 2 Billionen deutscher Staatsschulden sind 500 Milliarden aufgehäuft worden in der Kanzlerstadt Merkel. 500 Milliarden Schulden in Deutschland, die unsere Kinder und Kindeskinder zu tragen haben, sind Merkel schulden. Und die Dame läuft schwer durch Europa und predigt anhand Sparsamkeit. Das ist ein schlechter Witz, liebe Freundinnen und Freunde. 10 Milliarden im Bayern-LB-Skandal versenkt, weil man auf Bitten von Herrn Heider und seinen Nachfolgern die Höhe von Altaria gekauft hat und noch mal schnell den Eifer-Bedit versehen hat. Diese Politik, die zeugt von echter Sachkenntnis, aber ich sage Ihnen, wir glauben auch, die CSU ist zu allem in der Lage, aber sie soll nie wieder von soliden Finanzen sprechen, nachdem sie die bayerischen Steuersahler um 10 Milliarden mit ihrer Bankenpolitik gekündert hat. Ich sage auch, auch hier auf den Angroten, wir alle sind aufgerufen, dieses gemeinsame Europa zu erhalten und zu verteidigen. Übrigens nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. Der halb der Helmut Kohl hatte recht, als er gesagt hat, dieses Europa ist die Grundlage für den Krieg. Aber ich füge hinzu, dieses Europa hat nicht nur gegen die Stärkung der Welt und das Niedel-Gutschland gebracht. Dieses Europa war auch die Grundlage dafür, dass in Spanien, in Portugal, in Griechenland faschistische Diktaturen überwunden worden sind. Dieses gemeinsame Europa war die Grundlage dafür, dass der reale Sozialismus im Osten Europas überwunden wurde und diese Gesellschaft den Weg in die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit gefunden hat. Und deswegen gehen wir Grüne zu diesem Europa und wir fügen dennoch hinzu, dieses Europa ist für Deutschland und ist für Bayern nicht nur ein politischer, ein demokratischer Gewinn, dieses Europa ist auch ein riesiger wirtschaftlicher Gewinn. Herr Torben läuft da gerne rum und erklärt Spanien, Italien, Griechenland mal eben so beschlugnäht, als wenn da jeden Tag Haddi-Gaddi wäre. Dann schaue er sich mal an, für wie viel Geld heutzutage bei gleichen Preisen ein griechischer Lehrer arbeiten muss. Da ist man fast betaxiert und in Deutschland besser gestellt. Nein, dieser sogenannte Klub nicht. Der macht ein Viertel unserer Exportmärkte noch. Und was glaubt Herr Domenfurt, was mit WNC, was mit Siemens, was mit Audi passiert, was glaubt Herr Woll, was mit dem Wohlstand in Bayern passiert, wenn auf diesen Märkten plötzlich die Währungen abgewertet werden und der Euro, der Rest-Euro aufgewertet werden, dann verfeuern sich unsere Exporte und dann sind nicht mehr Sonderschichten gefragt, dann werden wir uns nicht mehr darüber unterhalten, dass BMW seine Leiharbeiter endlich fest anstellen soll. Dann ist wieder Fortarbeit und Ähnliches angesagt. Wir sollen alles tun, diese Märkte für uns zu erhalten, gerade wegen der Arbeitsplätze und gerade wegen der wirtschaftlichen Situation auch und hier in Bayern. Wenn Sie sich fürgeben würden, gegen Inflation zu kämpfen, dann sollten Sie sich weniger bei der Blockierung der Euro-Rettung beschäftigen, als sich damit auseinandersetzen, denn diese Gesellschaft vom Impffall solcher immer teurer wärmenden Rohstoffe nicht unabhängig machen. Und das ist der Kern der Energiewende für die Krönstein. Das ist aktive und das ist der Kern der Krönste und das ist der Kern. Und wenn wir aus dieser Krise rauskommen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir nie wieder erkestbar sind von Branden. Deswegen brauchen wir nicht nur ein Wählautverbot, wie es zwischen heißt, zwischen Staaten. Wir brauchen unendlich ein Wählautverbot für Bankschulden. Wir dürfen solche Bankschulden nicht mehr überleben und deswegen brauchen wir einen europäischen Bankenrettungsfonds finanziert von den Banken und wir müssen endlich Trennen haben, dass die genügend Kapitalverhalten damit Banken die Scheiße bauen auch gleich nehmen können. Ich sage, wir können uns nicht damit begnügen, mit der Schuldenbremse die Neuverschuldung zu begrenzen. Nein, wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese zwei Millionen Staatsschulden, dass die 500 Milliarden Nervensteuern abgebaut werden, dass sie weniger werden und deswegen ist es richtig, dass wir so etwas brauchen wie einen Altscheutenentwicklungsfonds und wer darüber redet, der darf auch nicht die Freiheit haben zu sagen, ich fordere das nur, er muss auch den Mut haben zu sagen, wer das bezahlen soll, sollen wir alle das mit unserer einfachen Steuer, sollen es die Rentnerinnen und Rentner und die Arbeitslosen über die Mehrwertsteuer bezahlen, ich finde nicht, die haben nämlich dieses Chaos nicht angegriffen. Ich finde, der Schuldenabbau muss finanziert werden, von denen, denen wir mit den Steuertiteln in der Finanzkrise ihre großen Vermögen gerettet haben. Eine Verbögensabgabe, das ist das Gebot des Bundes für einen Schöner Land. Ich habe gesagt, ich eine Unverteilungskomantik, ich sage, benachgenacht. Schaut mal in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland West, wie haben wir denn, wie haben wir denn die voll Weltkriege gezahlt. Wir haben es bezahlt durch den Nassen im Ausland. Wir haben bis in die 60er-Jahre gewonnen. Nicht anderes ist eine Vermögensabgabe für Militärer. Und ich finde, wer eine Million auf der hohen Kante hat, der kann jährlich 10 oder 15 Tausend Euro erübrigen, um auf diese Weise uns mit Grunam eine bessere Zukunft gittlinger Staatsschulden zu bescheren. Und ich füge an Leute, wenn wir aus dieser Krise rauskommen sollten, dann dürfen wir uns in Europa kein Dumping mehr leisten. Dumping bei Steuern wie in Deutschland, Dumping bei Höhen wie in Deutschland all das geht nicht mehr. Wir brauchen keine gemeinsame Randweite bei Steuern und Sozialstandards. Wir brauchen auch in Deutschland so etwas wie ein Gesetz nicht nennen. so. Wir sagen ja Menschen in Deutschland würden schwarz. Nein, in Deutschland wird von schwarz gelb offensiv Geld verschwindet. 1,4 Millionen Menschen in Deutschland sind sogenannte Aufstocker, die arbeiten und kriegen halb vier. Das ist nichts anderes als dass wir aus Steuergeldern ausbeuterische Höhe subventionieren. Das ist Geldverspettung. Damit muss man Schluss haben. auch den Nählen zu tun. Ich wissen da, ich weiß wieder warum die Telezube in letzter Zeit so quasi rhetorisch Amor läuft. Leider Werner Fassbinder hat man einen Film gemacht, der passt gut auf diese Situation. Der Film heißt Kampf Essen Seele auf. Und so ist das. CSU nicht mehr mit der absoluten Mehrheit versehen, aber zur Rechten droht der Herr Alkanger zur Linken droht die Christianisierung Bayern. Können er bitte Margarene Fausten. Das macht allen in der CSU schlafen und Nächte und bei den letzten Kommunalverlusten fährt auch die Anzahl gemacht, die das bis rein reitet, aber dieser Machterhalt nicht mehr verlassen. Das ist die FDP. ist hier im Zelt nebenan ist der Kollege Kubicki Haus und Fisch auch wie ich. Herr Kubicki gehört ja zu den Menschen, die über die FDP immer ungeschminkt wahrheit sein. Als der Westerbälle noch Parteivorsitzender der FDP war, da sagte Herr Kubicki, die FDP erinnere ihn an die DDR im Innenstadion. Zitat habe ich mir nicht ausgedacht. Meine Damen und Herren, Herr Kubicki, das war 2007. Was ist denn wohl die FDP unter Philipp Bösler im Jahre 2012? Ein FDJ-Lager nach einem Fettwetter? Aber ich glaube, diese Gedanken müssen wir uns nicht mehr machen. In Niedersachsen sehr lieben als Gäste und damit richtungsweise für Bayern die FDP am 20. Januar aus den niedersächsischen Landtagjagen in Landtag Vierland. Damit aber ist noch nicht genug getan. Wir werden uns auseinandersetzen müssen mit der schlechtesten Regierung, die wir seit Jahrzehnten haben. Wenn man ein Hakenzeichen der Frau Merkel beschreiben wollte, dann ist das ganz einfach. Im Zweifel hat Frau Merkel immer das Gegenteil von dem, was sie vorher verspricht. Die ist mindestens so flexibel für Hossi. ein Damit steht die Dame dann ein Kabinett vor, wo man, wenn man die Kategorie der Entwicklungszusammenarbeit wenn ich mir nicht nur davon sprechen kann, Deutschland leidet unter Weltverbandelisten. Ja, das ist in meinem Grund keine EU-Sündung zu sagen. Ja, mein Außenminister, der redet lieber über die spätrömische Dikadenz auf ein Zitat von Langzeitarbeitslosen, anstatt die römischen Verträge Europas zu verteidigen. Frau Merkel ist ja heute einmarschiert mit einem Nieder-Sakett. Ich sage, ein Nieder-Sakett macht doch keine Feministin. Dann schenkt Frau Merkel eine Feministin her. Dann müsste sie ihre Frauenministerin Christine Schröder schon lange rausgeschnissen haben. Das ist die erste Frau. Sie gehen nicht ohne. Das ist doch absurd. Die Mädchen haben die besseren Zeugnisse, sie haben die besseren Schulabschlüsse, sie haben die besseren Universitätsabschlüsse. Und am Ende des Tages verdienen Frauen 23% weniger als die güngeren Männer. Das ist doch unser Name. Ich habe keine Frau. Aber das geht nicht für alle Frauen. Wir haben ja noch die Bundesforschungsministerin Frau Schaman. Die schweigt seit Monaten zu der Frage, ob sie nicht auch wie ein bekannter Franke den Gutenberg gemacht hat und Teile ihrer Doktorarbeit mit Copy und Paste erstellt hat. Ich finde, da gehört nach Klartext auf den Tisch, auf das ein Schimm oder nicht, da reicht es sich nicht, aus dem CDU-Besedigung zu verabschieden. Oder schauen wir uns in diesem Kabinett weiter um. Der Freistaat Bayern hat da echte Kracher ins Kabinett in Sand. Herr Ramsauer, der versteht ja unser Denkpunkt, möglichst viel Geld für den Straßenbau nach Bayern zu lenken und gleichzeitig möglichst viel Geld aus der Tasche der Autofahrer in die Kasse der Bauindustrie zu lenken. Warum ist der Frankreich gerade der BKW-Mau, damit mehr Geld für den Straßenbau von den Autofahrern zur Bauindustrie kommt? Und übrigens, die gesamte BKW-Mau, für den deutschen Autofahrern drei Milliarden Euro kosten, wer das fordert, sollte seine Mitgliedschaft im ADAC da ganz schnell aufgeben. Das ist dieser Falscheinsteiger, der den verfehlten Berufskommission in den Mittelpunkt betrifft. Er hat seit kurzem entdeckt, dass auf den Akrammärkten die Preise explodieren. Jetzt ist er gegen die EZEB. Ich sage bewusst jetzt. Als die EZEB beschlossen wurde, war die FDP dafür. Als die EZEB beschlossen wurde, war die CDU und die CSU dafür. Als die EZEB beschlossen wurde, war die SPD dafür. Das ist ein Produkt auch aus dem Haus der Gabriel. Wir wollen, dass die Autos weniger verbrauchen, niedrigeren Verbrauch, baure Menschen und nicht die Schande zu machen. Und jetzt tut der Herr Nehle so, als wäre die ZEB verantwortlich für den Hunger in der Welt. Nein, das ist ein Beitrag. Aber wenn man über den Hunger in der Welt redet, dann muss man auch über die industrielle Klassentierhaltung reden, die mittlerweile in Deutschland und in meinem Heimatland Biedersachsen insbesondere in der Welt gegründet haben. Es ist doch nicht wahr, dass lediglich 20 Prozent von unseren Futtermittel hier in Deutschland produziert werden, während der Rest gentechnisch manipuliert auf abgeholzten Regenwaldflächen in Asien und in Südamerika angebaut wird. Das ist keine nachhaltige Landwirtschaft, die da praktiziert wird. Zustände einleiten, wie bei uns im Ämstland und im Südoldingburgischen, wo einstmals freie Bauern mittlerweile zu Lohnfestern herabgewürdigt werden, die beste Kontigente haben, was sie als Hottermittel abnehmen, einen Abnehmer haben für die Hühner, die sie auf diese Weise hochziehen. Und das Ganze wird dann von Frau Aigner auch noch mit Subventionen begrüßt. Das ist ein Zustand, der ist eines freien Bauern unwürdig. Und die Rückkehr zur freie europäischen Landwirtschaft, das ist eine Grundvoraussetzung für eine Agrarwende in Deutschland. oder nehmen Sie den anderen CSU-Minister, Herrn Friedrich, der hat zwar bis heute nicht geschaffen zu erklären, die es kommen konnte, dass in Deutschland über mehr als 13 Jahre ein Netzwerk von Nazi-Terroristen über 10 Menschen ermorden konnte. Aber, er hat es mit einem Federstrich hingekriegt, innerhalb von drei Wochen, die Chefs aller Sicherheitsbehörden des Verfassungsschutzes und der Polizei mal eben in den Ruhestand zu schicken. Diese Leistung ist kein Beitrag zur inneren Sicherheit in Deutschland. Sondern es ist nur ein Ablehnungsmanöver gewesen, den wirklichen Herausforderungen sich nicht zu stellen. Ich glaube nicht, dass dieser Verfassungsschutz noch reformierbar ist. Ich glaube, dass wir einen solchen Nachrichtendienst brauchen. Ich glaube nicht, dass das die Polizei machen sollte. Aber wer sich als so blind erwiesen hat, bei der Bekämpfung des Terrorismus wie das Bundesamt für Verfassungsschutz, das muss aufgelöst werden, da brauchen wir einen kompletten Neuanfang in einer neuen Institution mit klaren Kompetenzen, aber vor allen Dingen mit neuem Personal. Da reicht es nicht, weil eben eine Spitze aufliefert wird. Nein, diese Kollektion ist nicht mehr handlungsfähig. Oder wie würde der Galina Bündnerverkäufer sagen, das ist alles Salat und Sett. Wo wir bei Berlin sind, Glückwunsch, Magerminke und Bayerischen Grünen zu dem Bürgerentscheid zur dritten Startbahn der Münchner Flughafen. Ja, wirkt uns auch im Rahmen, weil dies ein Signal war, dass in München und Münchner etwas gesetzt haben, was nicht im Verdacht stillt, hier würde nach dem Heiligen Sankt Florian lang werden. Ich sage nur, in Berlin, in Berlin braucht man für sowas kein Bürgerentscheid. Berlin hat Klaus Hohbereit, der garantiert, dass der Haus vor des Zugangens nie fährt. Und es ist übrigens das Gegenteil von Effizienz. Warum schafft Großbritannien dieses Quotenmodell gerade ab? Die schaffen es ab, weil es zum Feuer ist. Weil in Großbritannien kostet die Kilowattstunde 13 Cent, in Deutschland gibt es dafür man gerade sieben Cent. Das ist der Vorteil der EEG. Das ist der Vorteil der Einschweiserregelung. Schneller Aufbau, aber bleibt man nicht kostenlos. Und dann hat der Herr Hülsberger ein Rumpenjockenkabinail, sein Neusten, sein Sachsen und Gugger Zahn, Peter Altmaier. Früher war das noch mal so, dass man zwischen dem Wirtschafts- und dem Umweltministerium von Sitte ausgetragen hat. Zum Beispiel mein Wirtschaftsminister war immer nie, gegen die Dimensionen haben, ich war auf Führung, habe ich den durchgesetzt. Mein Wirtschaftsminister war auch gegen das Dudenkant. Habe ich auch durchgesetzt. Mein damaliger Wirtschaftsminister war auch gegen das EEG. Da haben wir den Wirtschaftsminister und die Kompetenzen zum Neuerfaden in den Ihnen bei Drittskeitscheidung. Also da gibt es eine gewisse Diversität zwischen diesen beiden Häusern. Jetzt ist etwas Unglaubliches passiert. Zum hundertsten Tag der Amtsleit von Peter Altmaier hat Philipp Hülsberger ihn gelobt. Ich sage euch, das ist für ein Hochweltminister verdichtet. Denn er hat immer die Philipp Hülsberger gelobt. Aber er hat sich dieses Lohn richtig verdient. Peter Altmaier hat nämlich öffentlich erklärt, er wolle den Ausbau der erneuerbaren Energien bremsen. Das ginge ihm viel zu schnell. Und das irre ist, und das ist die schwächste Botschaft für Bayern. Er will den billigsten Energieträger bei den erneuerbaren Tauslanden, nämlich die Windkraft am Land. Stattdessen will er, sind ganz viel Geld von Ihnen allen als Stromkunden, den teuren Offshore-Mennstrom zu gewinchen. Ich sage Ihnen, das wird schon zu führen, dass die Akzeptanz für die Erneuerbaren in diesem Lande zunehmend die Banken erhält wird. Und deswegen glaube ich, dass diese Koalition die Energiewende nicht kann. Sie haben es jetzt gemacht. Dass deutsche Handwerker, Landwirte, private Haushalte, Rechenzentren und Banken subventionieren. Warum? Weil diese Rechenzentren freigestellt worden sind von den Nixentgelten und der Energieumlage. Wir alle könnten zwischen vier und fünf Milliarden Euro starten, wenn man diese schwarz-gelbe Subvention endlich zu Ende bringen würde. Das ist die nächste Wende, liebe Freundinnen und Freunde. Und da brächt sich der Herr Altmaier zusammen mit der Brüderle darüber auf, dass wir heute 25 Prozent unsere Strom erneuerbare steuern. Ich gestehe, dass es eine scharfe Kritik an die uns bezieht. Weil ich bin dafür beantwortlich, dass im Euro-Dollar-Energien-Gesetz drinsteht, dass wir 2020 20 Prozent unsere Stroms erneuerbare zeugen. Jetzt erzeugen wir 2012 25 Prozent. Das ist unbestreitbar ein Wirtnis. Aber diese Tradition ist ja ungebrochen. Ich habe bis vor kurzem immer gesagt, die FDP, ja, die sind nur wirtschaftsliberal, die haben nur das Kreativ, was sie spendet im Auge, aber nicht den Mechststand. Ich habe von dieser Einschätzung der FDP immer eine Person ausgenommen. Sabine Leuthäuser-Schnackenberger. Ich habe immer gedacht, ich würde sagen, ich meine, ich sei naiv, die sei anders als der Rest der FDP. Jetzt muss ich lernen, auch Frau Leuthäuser-Schnackenberger ist genauso wie der Rest der FDP und dieser Koalition. Frau Leuthäuser, möchte jetzt die Steuerfahndung an die Kette legen. Kein Steuerfahnder soll mehr Daten von Steuerhinterziehern auf den schwarzen Markt kaufen können, um diese Steuerhinterzieher endlich einer Bestrafung hinzuführen. Ich finde, das ist für eine Justizministerin ein unerträgliches Verhalten, der den Rechtsstaat nicht mehr und mehr Verfolgern verliebt als das tue keiner so, als wenn der Auftauf von illegal entwendeten Steuerwagen in der Schlafaufrunde was besonderes wäre. Wie viele Jugendliche, wie viele auch älteren Landen in den Mühlen der Justiz, weil ihnen von Traulleuten, der Polizei und von versteckten Ermittlern faschisch und ähnliches angeboten wird. Das ist auch illegal, aber da zu schweigen es geht nicht. Es geht ja manuell wenn es um ihre eigene Tätigkeit die Milliarden, und zwar zeugstellige Milliardenbeträge aus Deutschland in die Schweiz transferiert haben und dort in der Hand die Idee durch das Steuerabkommen geschützt werden wollen. Das geht nicht, das ist eine Vorstellung von Gerechtigkeit und geht mit demokratischen Prinzipien nicht überheilen. Im Rechtsstaat sind alle gleich. Da hat man ja mal gleich den Vorwurf und heißt man wolle unverteilt sein. Sobald wird es gar nicht kommen. Aber ich will auch nicht mehr mitzusehen wie unsere Städte verdreut sind, die in Nordrhein-Westfalen Kommunen überhalten, die da herstehen lassen müssen, weil sie sie nicht mehr bezahlen können. Ich finde es ein Skandal, dass selbst im reichen Wagen Gürtemberg der grüne Ministerpräsident derer Regulärer städt, Städte städt, Städte und Länder total ausgerüstet sind und so das Frieden für die Zukunft nicht mehr garantieren können. Nämlich gute Bildung für unsere Kinder und eine vernässliche Infrastruktur im Wind untersteht. Deswegen reichen wir dafür, dass wir mehr Sicherheit haben und mehr Finanzen. Vielleicht ihnen wir haben das Geld. Deutschland dient jedes Jahr 49 Milliarden Euro aus, um den schädlichen Verwirrten zu. Das fängt an ein normales Steuerprivileg für die chänische Industrie und das geht weit ab bis zum Dienstwagen Privileg was jeden großen Geländewagen schon seit 10.000 Euro und Ausstörer Geldern durch pensioniert. Wer so viel fällt überall, der sollte dieses Geld von nünftiger Weise nehmen und investieren in die Zukunft unserer Kinder in der Bildung in der Kindertagesstätten und in besseren Universitäten mit Universitäten die für alle hoffen sind und sich wie in Weihnachten Niedersachsen macht mit Studien geführenden Studierenden und Studierenden abhalten sich einmal die Zahlen zu bringen und haben die Ex-Kollege Thorsten von der Leyen zurückgegriffen diese Zahlen für die Schutzeffel und Jahre 2030 wird jeder dritte Arbeitnehmer mit du musst vielleicht richtigerweise sagen jede dritte Arbeitnehmerin weil es wird vor allen Dingen Frauen ein Rentenanspruch haben der unterhalb der Grundsicherung und was heißt das für die Frauen das heißt dass die jenigen einen Antrag stellen müssen auf Grundsicherung dass sie ihr vermögel Einkommen alles überprüfen lassen müssen bevor sie ein Alter Einkommen haben von dem sie leben ich sage euch und ihnen ich finde es mit meinem Begriff von Generationengerechtigkeit sich zu vereinbaren dass jemand der 33 Jahre dem Arbeitsmarkt gestanden hat der dabei teilweise sagen wie die von Schleckern aufgehen muss zeigen von Arbeitslosigkeit dass jemand der sein Leben lang bearbeitet hat am Ende seines Arbeitsschläens einer Bedürflichkeits für die Grundsicherung unterliegt das dürfen wir nicht zunehmen das was auch so nach von der Leyen vorsieht dass die Zuschussrense nur für diejenigen ist die auch die wagen vorsorgt wie soll denn jemand der bei Schlecker 1000 Euro mit aufgerecht hat am Ende auch noch eine Riesner Rente bezahlt wo soll denn das da angehen das ist doch ein Witz was die Euro starte zu verkaufen nein überhaupt ist das niemand gewinn das doch besorgt gilt von uns an solche Diskussionen bis in dieser Bundesregierung kein ist ich werde dir manchmal auch komisch angeguckt wenn ich sage ich möchte diese Regierung komplett abgrösen manche sagen ja warum denn nein nicht 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 beschrieben die Bundesregierung hat noch nie eine Bundesregierung so konsequent zurück 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 und so häufig das hat eine Existenz verweigert die große darfst vor vor die Bundesregierung hat noch in diesem jahr wissentlich ein verfassungs- recht recht verabschied ein recht das im deutschen protest eine wehrheit gibt die eine deutsche koalition nicht in der reihe fortsetzen ich will sie nicht langweilen aber Angela Merkel hier im Nachbar selbst spricht die Angela Merkel die hat die Verfassung so oft gebrochen die müsste eigentlich vom Verfassungsschutz beobachtet werden und dafür ist klar auch dass das Bundesverfassungsgericht eine Frage ist wo sie sich nicht einigen können es geht um das Ehegattensplitting das Ehegattensplitting was gewünscht Menschen verharrattet sind viel Arbeit für die andere wenig verdient ein Steuerzahler das kostet den Steuerzahler 15 16 Milliarden Euro aber wenn man denkt wenn jemand will dann kann es ja wohl nicht sein dass das nur dann gilt wenn ein Mann und ein Mann und ein Mann und eine Frau und eine Frau in einer Dauer haben Alle Dank, dass Sie das passen können. Die Katharina Weiche von der CDU waren durch. Nein, das ging Ihnen nicht. Das gründete Schütze schlicht nicht. Ehe und Familie. Nein, liebe Freundinnen und Freunde. Sie kennen eine Reihe. Schwule Beziehungen. Die müssen sich wie für die Horst Seehofer, der Mann nimmt, zu seiner Familie und für die Wahrnehmung entscheiden. Also, zählen Sie doch für alle das ganze oder für niemanden. Deswegen sage ich, wir werden weiterhin ein Stück Ehrgatt-Safizikaten. Aber ich finde, man kann es ein Stück absprechen. Statt 16 weichen ja vielleicht noch 12 Kinder. Und dann nehmen wir 4 Milliarden, nicht zur Subventionierung und Verjährlichung, sondern auch für Kinder-Tagesstätten und Schulen, Messer und Geld, mit der man mit den Lehrern und mit den Kindern ausgestattet. Denn da, wo Kinder in der Islamie sind, kann ich nicht erkunden werden. Ich würde sagen, wenn Schwarz-Gelb nicht gehen. Wenn Schwarz-Gelb droht Europa vor die Hunde zu gehen. Schwarz-Gelb ist dabei, die Energiewende in den Land zu setzen. Schwarz-Gelb verhindert einen vernünftigen Klimaschutz. Schwarz-Gelb misskraftet das Irr-Gesetz. Schwarz-Gelb sorgt für mehr Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Und deswegen sage ich, dieses Jahr sollte der nächste Auftritt von Merkel als Kanzlerin aus Willermus sein. Die Moderatorin dieser Dilettanz-Gruppe sollte im nächsten Jahr in den Ruhestand geschickt werden. Wir wollen Schwarz-Gelb komplett ablösen. Das geht nur mit starken Grüßen. Und dafür geben wir in diesem Jahr einen ersten Beitrag. Wir werden uns wieder lassen. Danke, meine Damen und Herren. Danke, meine Damen und Herren. Danke, meine Damen und Herren. Die Grünen, meine Damen und Herren. Die Grünen, meine Damen und Herren. Danke, meine Damen und Herren. Aber wir brauchen natürlich auch Unterstützung innerhalb der Partei. Es gibt draußen, an unserem Buchverstand. Material, das können wir gerne mitnehmen. Und es gibt auch Wachstumspakete, dass in jedem Weg Auftragsamt, 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 Auftragsamträge drin, wir sind voll und tun uns gerne drin, also wir explorieren offensichtlich in den nächsten Monaten, damit da auch eine ordentliche Bundesrat für Landwirtschaftsfaden wird. Ich bedanke mich bei den Familien für Ihren Besuch und wünsche Ihnen und uns allen noch einen wunderbaren Minder-Milk-Montag. Das war der schöne...